Ich sage immer zu Hause, wenn du in deinem normalen Umfeld bist, dann hast du eine gewisse Erwartungsrolle zu spielen. Da bist du entweder Sohn oder Tochter, da bist du Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, da bist du Geschwister, da bist du Partner oder Partnerin. Und genau dieser Druck, der dir mehr oder weniger auf den Schultern lastet, den hast du beim Reisen nicht. Da kannst du einfach nur du selbst sein, so in diesem Hier und Jetzt leben und wie so ein ungefilterter Schwamm alles aufsammeln. Und da kommen natürlich jeden Tag neue Eindrücke auf dich zu. Du lernst neue Länder kennen, du kommst in Kontakt mit Menschen aus aller Welt. Und ich muss aber auch sagen, so einer meiner größten Learnings ist, du musst dein eigener Superheld werden, dass du für alles in deinem Leben zu 100% Verantwortung übernehmen darfst oder sollst. Der zweite Punkt, wo ich auch gelernt habe, weil ich sehr viele davon mache, sind Fehler. Ich glaube, als CEO, als Mensch, als Sven, kann ich mir vorstellen, du hast auch schon mal den einen oder anderen Fehler im Leben gemacht. Ständig. Aber was lernen wir daraus? Seitdem wir klein sind, wurde bei uns mehr oder weniger reindruktiert, Fehler machen ist schlecht, weil du dann schlechte Noten bekommst und dann schlechte Zeugnis und dann irgendwie einen schlechten Ausbildungsplatz oder keine Ahnung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es geil, Fehler zu machen. Man sollte die Fehler nicht öfters machen, also nicht den gleichen Fehler öfters machen, sondern daraus lernen. Aber Fehler ist meiner Meinung nach die beste Wissensquelle, die du hast. Absolut. Man kann ja auch nur aus Fehlern lernen. Vor allen Dingen, wie du halt mit deinen Fehlern umgehst und wie du Fehler wahrnimmst. Also, ob du quasi die an dich rankommen lässt und sie dich dann definieren und du dann dran zerbrichst. Oder ob du sie als Treppenstufe benutzt, um sozusagen daraus zu lernen. Heute sind wir mit Nick Martin. Nick, herzlich willkommen. Dankeschön. Vielen lieben Dank Sven, dass ich dich hier sehen darf. Ja, freu mich sehr. Ist ja auch gar nicht so lange, dass wir uns gesehen haben. Das stimmt, das stimmt. Anfang September war es, ne? Herrliche Zeit. Genau, genau. Ja, ja. Da war es noch ein bisschen sonniger, aber jetzt können wir ja noch hier und da, kann man noch den einen oder anderen Sonnenstrahl einfangen. Das stimmt, ja. Der Herbst hat Einzug genommen und also wir müssen es, glaube ich, gerade irgendwie nur so acht Grad oder so. Also der Kachelofen ist schon angeheizt, aber ist ja auch schon eine schöne Zeit, also so ein bisschen Herbst zu genießen. Auf jeden Fall. Also damit die Zuhörer und Zuschauer dich so ein bisschen einordnen können. Du bist Autor des Buchs Die geilste Lücke im Lebenslauf. Da geht es eher um deine Travel Experience, deine Reisen Experience. Du bist sehr viel gereist, hast jahrelange Weltreisen gemacht, warst ein, also bist ein ehemaliger Bürojob-Vertriebler und wurdest dann ein Global Trotter, Entertainer, Speaker, Podcaster, selbst halt auch, ne? Und Gründer der Travel Uni. Und 2018 wurdest du vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie als Kultur- und Kreativpilot ausgezeichnet. Das klingt sehr, sehr cool. Was ist denn ein Kultur- und Kreativpilot? Also tatsächlich geht es vom Bundesministerium von Wirtschaft und Energie, wird jährlich eine Auszeichnung verliehen für Menschen, die, ich sage jetzt mal, aus künstlerischer Art und Weise etwas aus dem Boden stampfen, wo, ich sage jetzt mal, für andere einen riesengroßen Mehrwert hat und es ist sehr innovativ. Also ich muss ganz ehrlich sagen, klar, es gibt viele Online-Kurse über allem Mögliches, aber dass es jemanden gibt, der durch seine Reiseerfahrung anderen Menschen die Möglichkeit gibt, irgendwie auch selber ihre Reiseträume zu realisieren und wie man das überhaupt anfängt, fanden die irgendwie eine coole Idee und dahingehend war ich einer der Glücklichen, die 2018 diese Auszeichnung bekommen haben. Und ich muss sagen, ich bin ein riesengroßer Freund von Authentizität. So ein Titel ist zwar schön und gut, ich habe jetzt einen Wappen mit einem Bundesadler zu Hause in der Vitrine stehen, aber tatsächlich der meiste Value für mich ist tatsächlich die Möglichkeit zu haben, anderen Menschen damit weiterzuhelfen. Und es sind die Absolventen von dieser Uni, die mittlerweile, also klar, bedingt durch Corona ist jetzt ein bisschen eingeschränkter, aber trotzdem mir tagtäglich Nachrichten schreiben über eine Social-Media-Kanäle, die sich mega freuen, diesen Schritt gemacht zu haben und halt jetzt selber auf Reisen sind und das Abenteuer des Lebens leben. Cool. Also bei der Travel-Uni kannst du vielleicht ein bisschen darauf eingehen, was die genau macht, damit man sich so ein bisschen das vorstellen kann? Also wir fangen mal, also komplett die ganze technische Seite können wir erstmal vorne weglassen. Aber stell dir vor, Sven, du würdest gerne reisen und du warst vielleicht auf dem Vortrag von mir oder hast ein inspirierendes Buch gelesen, muss nicht unbedingt meins gewesen sein, aber du hättest selber Lust, eine Weltreise zu machen. Und du kannst dich so richtig reinfühlen, so irgendwie eine andere Kultur und eine exotische Kulinarik probieren, aber du hast keine Ahnung, wie du anfangen sollst. Also von dieser ganzen bürokratischen Schiene, von der Planung, von den Vorbereitungen, wie ist denn das? Muss ich mich aus Deutschland abmelden? Welcher Backpack wäre denn eigentlich der geeignetste? Was ist denn, wenn ich Heimweh bekomme? Wie kann ich denn in Kontakt mit meiner Familie bleiben? Wie kümmere ich mich denn um die ganzen Wiesen? Also da gibt es ja verschiedene Baustellen, die du letztendlich für eine Weltreisevorbereitung irgendwie abarbeiten musst. Und wenn du keine Ahnung hast vom Tun und Blasen und wie du überhaupt anfangen sollst, dafür ist die Travel-Uni gedacht. Das ist wirklich Schritt für Schritt, Step für Step wird dir beigebracht, wie du deine eigene Weltreise realisieren kannst mit diesen ganzen Baustellen, die ich früher auch hatte. Also dieser Klassiker, wie finanziere ich mir das eigentlich? Ich gehe da wirklich auf die Finanzierung ein, auf die Budgetierung dann aufreisen, wie du an beste Jobs kommst in Sachen Work and Travel, was mit deinem Mindset los ist, aufreisen, was passiert, wenn du mal so eine Art Travel-Burnout bekommst, was ist, wenn du wieder heimkommst nach der Langzeitreise und viele Leute fallen da in so eine Postreisedepression mit rein. Und diese Travel-Uni, die besteht, glaube ich, aus über elf Modulen, also 16 Stunden Videomaterial, wo ich und meine Partnerin zusammen tatsächlich von unseren eigenen erlebten Erfahrungen einfach berichten und dahin auch der Name von meiner Company Travel Echo, also wie das Echo, ich war viel reisen und an meine Reiserfahrung gebe ich jetzt gerne an andere weiter und zurück, um diese Menschen zu ermutigen und zu inspirieren, selber zu reisen. Ja, das ist sehr spannend, weil das ist ja wirklich eine Nische, die ist nicht so alltäglich, weißt du, normale Menschen, die verkaufen, keine Ahnung, Bücher, Würstchen, Seminare, E-Books oder sowas und gab es da Reiseinformationen, das ist ja auch wirklich ungewöhnlich, zumal man ja auch sehr viel, auch natürlich von vielen Reisebloggern, auch kostenlos im Internet findet, aber cool, dass du da auch tatsächlich, ja, ein Einkommen draus generieren konntest, dass es dann quasi, dann gibt es dann tatsächlich so diese Nachfrage an Menschen, die sagen, hey, ich will eine Weltreise machen. Ehrlich gesagt, ich bin extrem viel auf Reisen selbst, ich würde sagen, mindestens sechs, sieben, acht Monate, wenn nicht sogar neun, aber so eine Weltreise, das klingt sogar für mich so ein bisschen aus der Komfortzone. Es ist aber auch völlig normal, ich sage auch immer, das ist so dieser Faktor Unbekannt, der da mit reinspielt und es ist ein Unterschied, Dinge zu wissen und Dinge zu erfahren. So dieses, war cool, Reisen hört sich gut an, aber wie ist denn das, wenn ich dann wirklich mal für ein, zwei Jahre unterwegs bin? Was muss ich denn da alles mitnehmen? Wie groß muss mein Backpack sein? Und ich sage, ich meine, ich habe ja auch angefangen, ich war komplett grün hinter den Ohren und bin mit 35 Kilo mit einem 75 Liter Rucksack nach Mexiko gegangen, hatte da, typisch deutsch, man ist ja vorbereitet, ich hatte da meine Thermounterwäsche dabei und meine M3 Meindelboots und ich hatte sogar kleine Karabinehacken und Schnüre dabei, weil ich wusste, ich bin irgendwann mal in Kanada und bin in der Wildnis sein und da gibt es ja Bären und da musst du dann Essen auf Bäume binden. Also ich war komplett überequipped und mittlerweile bin ich jetzt seit zehn Jahren unterwegs und kann den Leuten auch sagen, ihr werdet den Fehler nicht umgehen können, zu viel mitzunehmen. Aber mittlerweile reise ich nur noch mit Handgepäck und ich habe, also je nachdem, welche Destination ich irgendwie ansteuere, ein paar Bordshorts dabei, ein paar T-Shirts, ein Hoodie, ein paar Flipflops, ein paar Sneaker und so dieses typische First Aid Kit, wo bei mir gefühlt zwei Kilo mal gewogen hat ganz am Anfang. Ich habe jetzt ein paar Kopfschmerztabletten dabei und Zimt, kann ich nachher darauf eingehen, warum ich Zimt mitnehme, aber ansonsten, auch im Ausland tragen Menschen Klamotten, auch im Ausland gibt es Apotheken, auch im Ausland kannst du dir irgendwelche Dinge kaufen, du musst dir gar nichts von, also nicht alles irgendwie von zu Hause mitnehmen und das sind aber alles Erfahrungswerte, die du letztendlich erst auf Reisen so ein bisschen kennenlernen wirst und ich glaube, das ist auch der Punkt, weil ich so eine Nische getroffen habe und wie du schon richtig gesagt hast, klar, es gibt unwahrscheinlich viele Blogs, wo man Informationen kostenlos aufrufen kann und ich glaube, als Geschäftsführer von einem großen Unternehmen weißt du den Faktor Zeit unwahrscheinlich zu schätzen und ich habe das früher, ich meine, die Travel-Uni ist letztendlich ein Produkt, das ich mir vor zehn Jahren gewünscht hätte, sowas gäbe es und ich habe stundenlang im Internet irgendwelche Foren, Facebook-Gruppen, Blogs, YouTube-Videos angeschaut, um mir meine ganzen Informationen zu sammeln und das hat einfach Zeit gebraucht und mit der Travel-Uni hast du einen großen Faktor, du hast eine Plattform und da ist alles drin, dann ist es schön aufgegliedert und du kannst mit einem Mausklick in jedes Modul reingehen und du hast die Informationen sofort da und das als Video, als MP3, als Textbaustein, zum Runterladen, als Hörbuch hören, also letztendlich so die eierlegende Wollmilchsau, wenn es darum geht. Ja, das ist total cool. Das ist ja im Prinzip auch so, wie DigiSto24 entstanden ist, einfach das machen, wo es einem selber wehtut und dann diese Lücke füllen und ein Angebot dafür schaffen, weil es sehr wahrscheinlich ist, dass es nicht nur dir so geht, sondern auch vielen anderen und sich dann ganz gezielt an die zu wenden und natürlich das ganze Marketing mit dem, was du machst als Speaker, als Autor, da rauszugehen, ist natürlich genau das richtige, wie soll ich sagen, das richtige Marketing für die Travel-Unis und es ist natürlich super geil, dass du halt einer von denen bist, die ihr Hobby zum Beruf machen. Das ist natürlich das Allercoolste. Das ist auch das, was quasi, wofür ich DigiSto24 sehe, dass man eben genau das machen kann. Man muss es halt aber natürlich, wie soll ich sagen, wirtschaftlich sinnvoll machen und ein echtes Problem lösen, für das Menschen bereit sind zu zahlen. Ja, das definitiv. Also das ist ja letztendlich eine coole Geschäftsidee. Also viele sagen, wow, und du bist so glücklich. Ja, ich kann mich glücklich schätzen, dass ich mein Hobby, meine Leidenschaft zu meiner Berufung gemacht habe. Aber da muss man auch erstmal dahinter kommen zu sagen, okay, welches Problem kann ich eigentlich anbieten zu lösen und dann die Leute finden, die dieses Problem haben, sprich deine Zielgruppe. Letztendlich haben wir dann schon einen schönen Business Case. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Hut ab und Chapeau. Weil, also ohne, dass es jetzt großartig Schleichwerbung sein soll, aber mit DigiSto24 ist es halt auch echt einfach, so ein Produkt irgendwie aus dem Boden zu stemmen. Danke. Und dir damit dann was aufzubauen. Sehr cool. Das freut mich. Dafür machen wir es ja auch. Das ist dann wieder meine Leidenschaft, dann Leute wie dich zu erleben, die dann wirklich was draus machen. Weil, ich sag mal, ich stelle mir das halt so vor wie bei, wie jemand, der zum Beispiel so ein Musikproduktionsprogramm wie Ableton zur Verfügung stellt und der freut sich dann halt, was Leute für Kunstwerke draus schaffen. So geht mir das bei DigiSto24, dass ich sage, hey, ich schaffe eine gewisse Infrastruktur und Leute bauen richtige, ich sag mal, Business-Kunstwerke draus. Und ich stehe mich da auch ein bisschen als Künstler und sehe Leute, die ich auch als Künstler, da was draus zu machen. Also auf jeden Fall super coole Sache. Und gerade beim Reisen ist es auch so, also da gibt es ja wirklich Sachen, auf die man gar nicht gefasst ist. Beispielsweise, wenn du nach Russland fliegen willst, dann musst du irgendwie vorher eingeladen werden. Das heißt, du musst irgendwie ein Visum bekommen und eine Einladung. Ja. Und dann gibt es da so Agenturen, und dann schickst du deinen Reisepass hin. Das ist auch völlig außerhalb meiner Komfortzone gewesen, als ich das mal machen musste. Und dann musste ich irgendwie das Hotel, das du dann buchst, vorher einladen. Das ist crazy. Da gibt es einige Einschränkungen beziehungsweise Informationen, die man definitiv wissen sollte. Kommt natürlich auf die Länder drauf an. Glücklicherweise gibt es, die meisten Länder haben so das sogenannte Visa on Arrival, wo du gar kein, also nichts vorher machen musst, sondern im Flugzeug bekommst du meistens ja so einen kleinen Zettel zum Ausfüllen und den gibst du dann bei der Immigration ab und dann drücken die den Stempel in den Pass und das ist ein Visa on Arrival. Dann gibt es noch, wo du vorher ein Online-Visum beantragen musst. Das ist auch noch relativ einfach. Da gibt es Länder wie zum Beispiel Myanmar oder auch Vietnam, wo du dich online dein biometrisches Passfoto hochladen musst, deine Daten eingeben musst und dann wird ein Formular abgespeichert anhand von deiner Reisepassnummer und wenn du dann das bei der Immigration abgescannt wirst, dann ist das dein Visum. Und der dritte Fall, wie du es jetzt beschrieben hast, ist, dass du wirklich eine Einladung brauchst von deinem Hotel, von dem Land an Letter of Recommendation sozusagen und letztendlich deinen Reisepass dahin geben musst und dann bekommst du schon das Visum für den bestimmten Zeitraum und du bekommst es dann zurückgeschickt und dann kannst du erst ins Land einreisen. Also das sind alles so kleine Kniffe, die man aber tatsächlich auch aufreißend dann irgendwann mehr oder weniger lernen darf. Und wie ist das eigentlich jetzt abgesehen von C-Punkt-Punkt mit Impfungen? Da muss man da auch irgendwie vorher nachweisen, bei manchen Ländern, hey, ich bin jetzt gegen, keine Ahnung, gegen Flecken, Gelbfieber und sonst was geimpft, muss das irgendwie einreichen und denen dann schicken oder beweisen? Also das Letzte dieser Beweis, der ist meistens wichtig. Also ich habe einmal eine Erfahrung, muss ich sagen, da bin ich aber gerade nochmal so mit dem blauen Auge davon gekommen, da bin ich nach Tansania gereist, in Ostafrika und bin dann mit der Pferde von Dar es Salaam nach Sansibar. Und als wir mit der Pferde angekommen sind, wo wir von der Pferde runtergelaufen sind, war wirklich so ein Officer da gestanden, hat gemeint, so und jetzt gebt mir bitte all euren Beweis, dass ihr gegen Gelbfieber geimpft seid. Und ich nur so, shit, ich bin nicht gegen Gelbfieber geimpft. Und normalerweise, also es gibt, du solltest dich auf jeden Fall vorher immer informieren und ja, es gibt Länder, wo diverse Impfungen vorschreiben und jetzt bedingt durch Corona natürlich noch viel, viel mehr. Aber damals war es so, ich habe meinen Reisepass, meinen Impfpass rausgeholt und habe durchgeblättert und ich habe irgendwie Typhos und japanische Enzyphalitis und was weiß ich, was gegen alles ich geimpft bin, aber halt nicht Gelbfieber. Und ich war halt in der Reihe gestanden und habe halt übelst die Schlange hinter mir irgendwie aufkommen lassen, weil ich halt da rumgeblättert habe. Und er hat mich dann so gefragt, where are you from, where are you from? Und ich nur so, I'm from Germany. Er so, okay, welcome. Und habe mich einfach reingelassen. Das war eher glücklich und ich will nicht sagen, man sollte sich auf so einen Zufall verlassen, dahingehend vorher immer schön informieren. Aber ja, es gibt tatsächlich Restriktionen in diversen Ländern, die eine bestimmte Impfung mehr oder weniger zum Nachweis auffordern. Ja, und auch ein wichtiger Punkt ist, immer freundlich bleiben diesen Kontrollmenschen gegenüber. Immer, immer, immer. Also ich hatte mal so eine Situation, da war ich aus Versehen unfreundlich, aber das hatte nichts zu tun mit, das war so eine Flughafen-Security-Dame, die eben, die quasi dann darüber bestimmt, ob du weiter darfst, wegen deines Kofferinhalts, deines Handgepäcks etc. Und da war ich aus Versehen einmal irgendwie grantig, weil ich gerade irgendwie, keine Ahnung, ich habe irgendeine WhatsApp-Nachricht bekommen, die mich verärgert hatte. Ich hatte gar nichts mit dieser Frau zu tun. Und dann hat sie irgendwie irgendwas reklamiert an meinem Gepäck und dann habe ich nur so einsilbig geantwortet. Und dann habe ich gemerkt, oh scheiße, jetzt habe ich ins Wespennest getreten, ja. So von wegen, so von wegen, ohne dass sie gemeint war, habe ich dann aus Versehen irgendwie nur so, so verärgert geantwortet, so nee oder ja oder irgendwie sowas. Und dann, ja klar, ich bin ja auch nur ein Mensch, ich kann ja auch nicht immer perfekt funktionieren. Ja, und, ähm, und dann habe ich gemerkt, scheiße, jetzt bin ich ins Wespennest getreten. Und dann wusste ich, die wird mich jetzt triezen. Und dann nehmen die halt die Hebel, die sie haben und verweigern die halt alles. Und dann sagen sie, ja gut, okay. Dann wollte sie, dann war sie so quasi so drauf, ah, du willst jetzt hier aufmocken, okay, dann mach doch jetzt mal Folgendes. Dann nimmst du jetzt mal dein ganzes Handgepäck und dann, dann holst du mal alles raus. Und ich hatte aufgrund von Podcast und Travel und Zeug natürlich, die ganze Technik hier. Ja, ja. Ja, und dann wollte sie jedes kleine Kabel und alles da raus. Und dann hatte ich da den ganzen Flughafenbetrieb aufgehalten. Ich hatte so fünf, sechs Kisten voller, weil ich musste ja alles schön nebeneinander legen und so, ne. Und die hat es dann so richtig genossen, dass ich quasi jetzt hier, aber das Gute ist, ich gehe immer rechtzeitig, also mit sehr viel Vorlauf- und Pufferzeit, ich habe es nie eilig am Flughafen. und ich habe mich in dem Moment auch gar nicht aufgeregt, sondern habe das einfach nur so ganz über dich hergehen lassen. Ja, natürlich, weil ich wusste, ja, okay, ich habe jetzt der Freund diesen Fehler gemacht vor fünf Minuten und jetzt will sie mich bestrafen. Ich kenne ja dieses Spiel und dann habe ich halt ganz gemütlich alles aufgereiht und war aber auch gar nicht sauer oder es war dann für mich einfach dann so, okay, so wie Karate Kid Daniel-San muss jetzt quasi das Auto waschen und immer wieder waschen. und dann sehe ich einfach mal, welche Kabel ich da alles habe und das ist ja eh interessant, weil vielleicht finde ich eins, das ich irgendwo vermisst habe oder so. So muss man halt. Immer das Beste aus der Situation machen, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst und das habe ich damals doch aus meiner IT-Systemkauf, ich bin ja gelernter IT-Systemkaufmann und ich war für meine Ausbildung sehr viel im Support gesessen und da habe ich nämlich eine Lektion gelernt. Also mein Alltag war wirklich frühs um acht ins Büro, Headset auf, Telefon freischalten und den ganzen Tag Anrufe entgegennehmen von Beschwerden über eine Software und da ist ja nie die Software dran schuld, sondern immer wir als Menschen und du musst ja umgehen können mit Menschen, die sich wirklich in Rage geredet haben. Du wurdest da beschimpft, die schreien da rum, du musst dein Headset manchmal so ein bisschen vom Ohr weg tun, weil es einfach so laut war und da habe ich mal einen Satz gelernt und zwar ein Mensch kann sich gegen alles wehren, nur nicht gegen Lob und das hat bei mir wirklich Klick gemacht und jedes Mal, wenn ich eine Situation habe, wo ich denke, okay, also entweder ist er dann schuld oder ich, da versuche ich gar nicht zu urteilen, dann versuche ich ihn zu loben. Also keine Ahnung, in deinem Beispiel, Gepäck wiegen, oh da ist zu viel Gepäck drinnen und ich wäre jetzt eigentlich pampig oder ey, das ist jetzt ein halbes Kilo mehr, stelle ich nicht so an, kann ich es bitte einchecken, würde ich jetzt denken, aber in dem Fall würde ich sagen, verstehe ich vollkommen, um Gottes Willen, sie machen auch nur einen Job und ich finde es gut, dass sie da wirklich so penetrant auch darauf erpochen, nämlich sonst würde ja die ganze Welt in Chaos verfallen, finde ich richtig gut, war mein Fehler, es tut mir leid und dann eine kleine Pause machen und dann finden die das so, ja, stimmt, ach, wissen Sie was, das halbe Kilo, das ist egal und also Lob ist das einzige, gegen das man sich nicht wehren kann und dahingehend, egal mit welchen Menschen, den Locals gegenüber, in Costa Rica mit den Tigos oder sonst irgendwo oder am Flughafen, Menschen auf einer Wellenlänge begegnen und die loben und dann ist das schon meistens die halbe Miete oder mehr als die halbe Miete. Ja, absolut und außer, genau, weil die wollen nämlich auch, die, die, also sagen wir mal so, die werden wahrscheinlich auch oft, also gerade am Flughafen diese Security-Leute beispielsweise, die werden ja auch bestimmt oft angepumpt. Ah, aber hallo. Von wegen, ah, jetzt schon wieder, wegen, irgendwie, irgendwie eine Flasche, ist ja unverschämt oder dass ich, dass ich hier mein, mein Säbelmesser, Langmesser nicht mitnehmen darf, das ist ja voll scheiße und was sind sie für eine, äh, bla bla bla, blöde Kuh, bla bla bla. Ähm, und dann ist natürlich sowas, was du sagst, das sagt ja fast kein Mensch. Das sagt ja nur jemand, also sowas hören die nie und dann sind sie natürlich aus ihrer Routine rausgerissen, Pattern Interrupt und müssen dann irgendwas anderes fahren und die sind dann auch so, der Mensch ist ja auch ein bisschen korrupt von Natur aus, dass er dann quasi Günstlinge hat und dann anderen, manche Leute runterdrücken will, aber dann anderen wieder helfen will. Mhm. Und an das appellierst du, das ist natürlich sehr, sehr, sehr cool und sehr smart und das ist halt sehr wichtig, gerade wenn man auf Reisen geht, aus meiner Sicht, ich bin ja auch ein bisschen gereist, deswegen kann ich hier so viel labern oder mit labern, ähm, also die, die, die Mentalitäten sind halt sehr verschieden und viele Leute, gerade wenn sie mit westlichen Menschen in Kontakt kommen, so Mexikaner oder Thailänder oder irgendwie sowas, die sind sehr, sehr stolz. Ja. Und das Letzte, was die wollen, ist, dass da so ein, ich nenne es mal, Gringo daherkommt und denen irgendwas erzählt und, und die dann irgendwie rumkommandierten, rumschikanierten, sich aufhört in deren Land. Absolut. Und da muss ich sagen, da habe ich auch so eine Geschichte, weil mein erstes Land war ja Mexiko, das ich damals bereist habe, so als Slow Budget Backpacker und, ähm, ich bin dort hingekommen und ich wollte unbedingt die Sprache lernen und, äh, ich konnte damals schon Spanisch sprechen, also ich konnte genau zwei Sätze, ich konnte einer Frau sagen, dass sie schöne Augen hat und ich konnte ein Bier bestellen. So, der normalen Urlauber würde sagen, na, reicht doch für den Urlaub, aber ich wollte halt wirklich mich mit den Locals unterhalten und da habe ich richtig gemerkt, ich konnte Spanisch nicht perfekt, aber ich konnte so ein bisschen Smalltalk haben. Der Respekt gegenüber dir geht ins Unermessliche, wenn die Menschen checken, du versuchst, deren Sprache zu sprechen und wenn du einen typischen Gringo, also eigentlich in ganz Zentral- oder Südamerika, wenn du ein Ausländer bist, bist du ein Gringo, ist jetzt nicht nur auf die US-Amerikaner bezogen, aber wenn du dich, wenn du einen typischen Gringo neben dir hast und er ist an der Bar und sagt, can I get a Coke oder can I get a Margarita, please und das macht der auf Englisch, dann wird der zwar gemacht, aber dann wird der hingestellt und fertig und dann stehst du nebendran und sagst irgendwie, hola, como estas, puedes hacer una Margarita, por favor und auf einmal, da strahlen die Augen bei denen, weil die denken, geil, da spricht jemand meine Sprache, der versucht es vielleicht, auch wenn es vielleicht ein bisschen lustig klingt oder nicht ganz grammatikalisch wichtig ist, aber dann fangen die mit dir eine Konversation an und A, du kommst viel schneller mit Locals in Kontakt, die haben viel mehr Respekt gegenüber dir und was auch sehr oft der Fall ist, du wirst nicht so schnell über den Tisch gezogen. Ich hatte Anfang des Jahres, war ich noch mal in Mexiko und in einem Airbnb war jemand aus meiner Community, wir haben uns irgendwie per Zufall getroffen und er hat gemeint, ey Nick, wollen wir irgendeinen Strand unten eine Wasserpfeife rauchen und irgendwie einen Cocktail trinken? Aber ich meinte, klar, auf jeden Fall. Er so, wir nehmen das Taxi, das geht auf mich, kostet ungefähr 400 Pesos und ich gucke ihn nur so an, so glaubst du, echt, das kostet 400 Pesos, also stelle ich mir ein bisschen teuer vor und er so, nee, nee, das habe ich das letzte Mal immer gezahlt und dann habe ich gemeint, okay, geh du mal vor, hol du mal das Taxi und er ist ins Taxi hinten eingestiegen und hat gemeint, hey, how's it going, can we go to the flyer? Hat er so auf Englisch erzählt und ich habe mich dann vorne reingesetzt, habe gemeint, como es das, queremos ir, bla 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 und dann guckt er mich so an und dann habe ich gemeint, cuando vale? Also wie viel kostet das? Und dann hat er zwar den gleichen Preis gesagt, also diese 400 Pesos und da habe ich immer so einen Spruch drauf und dann sage ich ihm, no mames way, soy un mochillero, no un turista. Das heißt auf Deutsch, hey, oder verarsch mich nicht, ich bin kein typischer Tourist, ich bin ein Backpacker und das auf Spanisch und der Preis um die Hälfte getroppt. Also okay, 200 und dann sind wir halt für 200 Pesos da hingekommen und du wirst weniger über den Tisch gezogen, wenn du die Landessprache sprichst. Ich meine, klar, du musst jetzt nicht irgendwie von 192 Ländern diverse Sprachen können, aber einfach nur ein bisschen aus deiner Komfortzone rausgehen und auch wenn es nur mal ein Ja, ein Nein, ein Danke oder ein Gerngeschehen ist, das bringt dich schon viel, viel weiter auf Reisen. Ja, absolut. Also ich habe mal in Bulgarien gewohnt, fünf Jahre, um das Unternehmen, sage ich mal, sparsam hochzuziehen, also am Anfang, wo es halt noch, ja, wo wir noch nicht so viel Geld verdient hatten. Bootstrapping-mäßig, ja. und genau, voll Bootstrapping und da war halt in Bulgarien wohnen Teil davon und da war das auch so, dass ich dann sehr, sehr schnell, also das, wo man wirklich mit Leuten am meisten aneinander geraten kann oder die meisten Ärgernisse hat, das ist bei Taxifahrern und im Restaurant mit Kellnern und Kellnerinnen und da habe ich dann auch so, um zum Beispiel von Taxifahrern nicht verarscht zu werden, habe ich auch von vornherein die Sprache gelernt und habe gesagt, so dass die denken, ja, so dass die denken, ich verstehe Bulgarisch und dann haben sie immer natürlich die, also sich korrekt verhalten, das ist wirklich wahr. Und es ist auch nicht so schwer, weil du musst ja nur sagen, dort und dorthin oder na bulgaria mol, mol ja, oder sowas. Einfach mal, wie geht es dir? Hallo, vielen Dank. Zur Bulgariamall bitte. So und so und dann kommt man halt schon ganz gut durch. Das ist schon ganz cool. Was mich jetzt aber auch interessiert ist, wie schaffst du, du bist ja Unternehmer und ich nehme an, du bist immer noch viel auf Reisen, oder? Ja. Und wie schaffst du das, eine Firma zu haben und viel auf Reisen zu sein und die Firma zu führen? Also ich muss sagen, ich habe ja angefangen oder du hast ja ganz am Anfang im Intro erzählt, ich habe ein Buch geschrieben, Die Geilste Lücke im Lebenslauf, sechs Jahre Weltreisen ist der Untertitel und die ersten sechs Jahre war ich wirklich nur für mich Reisen. Da hatte ich noch nicht wirklich eine Ahnung von Unternehmertum, das war mir auch gar nicht so wichtig, dass ich war einfach nur für mich Reisen und dann hat es irgendwann angefangen, indem ich gemerkt habe, okay, da ist eine gewisse Expertise da, plus ich war früher in der Schule immer der Klassenclown und wollte jeden zum Lachen bringen und irgendwann habe ich halt eins und eins zusammengezählt und dann kam halt die Idee meiner Bühnenshow von Die Geilste Lücke im Lebenslauf und dann stand ich da und habe gemeint, ja, könnte ich mal machen. Aber wie? Und ich sage immer, ich bin ins Unternehmertum reingestolpert, das heißt, ich habe meine ersten Events gehabt, die waren irgendwie durch den Facebook-Algorithmus von ein paar Jahren organisch, die Reichweite so groß, ich hatte glaube ich für zwei Jahre nur ausverkaufte Shows, aber vom Ticketing, vom Eventmanagen, von Steuern, von wie du irgendwie was führst, hatte ich absolut keine Ahnung. Aber ich bin mit der Herausforderung gewachsen und heutzutage, glaube ich, kommt es sehr auf seine eigenen Prioritäten an und bei mir ist es wirklich so, im Herzen bin ich immer noch ein, im Englischen gibt es da so ein Wort avid, to be avid, to be an avid backpacker, also ein leidenschaftlicher Reisender und ich liebe es, heutzutage noch mit meinem Handgepäckrucksack irgendwo rumzureisen und einfach mal das Leben zu genießen und wenn ich sage, ich will Abenteuer erleben, dann will ich Abenteuer erleben, dann will ich mich mit Locals irgendwie abends hinsetzen und einen gebrannten Schnaps auf der Steintreppe in Guber trinken und danach irgendwie Motorrad fahren oder erst Motorrad fahren, dann irgendwas trinken und da nehme ich mir die Zeit wirklich raus. Aber aufs Unternehmen bezogen, ich meine, da musst du ja auch präsent sein, da darfst du ja auch ein bisschen Gas geben. Da habe ich für mich festgestellt, ich habe das immer so periodenmäßig. Das heißt, ich habe eine gewisse Zeit, wo ich nur reisen bin, da versuche ich auch möglichst wenig zu arbeiten, wenig präsent zu sein, aber halt eher für mich meine Energie aufzutanken und kreative Arbeit zu leisten. Das heißt, ich überlege mich, ich meine, ich erlebe ja, oder meine Arbeit ist ja letztendlich mein Leben anderen Menschen mehr oder weniger mitzuteilen. Ob ich jetzt von einer Harpune angeschossen wurde, durch ein Hurricane gesegelt bin oder sonst irgendwas, das erlebe ich ja nicht aus dem Business-Kontext, sondern aus meinem Leben und danach das irgendwie in den Business-Kontext zu füllen. Und da ist es so, wenn ich dann eine Zeit reisen war und Abenteuer erlebt habe, dass ich mich dann auch wieder hinsetze, wo ich dann nur arbeite. Also dann ist es wirklich, ich bin 16 Stunden am Tag in meinem Büro zu Hause, am PC und gebe da auch wirklich knallhart Gas. Und ich habe das letztens mal überschlagen, seitdem ich selbstständig bin, seitdem ich 2016 meine Firma Travel Echo gegründet habe, bis vor Corona, war ich im Durchschnitt, so wie bei dir, so circa acht bis neun Monate reisen und die anderen drei bis vier Monate war ich dann halt zu Hause und habe gearbeitet beziehungsweise war auf Tour und habe da Event halt voll gemacht und habe halt meine, ja, meine Show mehr oder weniger abgeliefert. Und dahingehend ist es für mich so eine Balance zwischen, ich habe Zeitabschnitte, wo ich nur reise, wo ich möglichst wenig arbeite, aber auf der anderen Seite dann wieder richtig Gas gab, wenn ich irgendwie zu Hause bin. Und aktuellstes Beispiel, ich war Anfang des Jahres für drei Monate in Mexiko, dann war ich für sechs Wochen in Fuerteventura und dann nochmal für sechs Wochen in Costa Rica. das waren für mich zwar Reisezeiten, aber bedingt durch Corona, man kann ja sehr viel online machen, habe ich auch da mein zweites Buch geschrieben. Also erst gescriptet, dann eingesprochen, dann transkribiert. Als ich dann zu Hause war, Ende Juli, dann ging die Arbeit wieder los und dann ging die ganze Bürokratie, das Marketing, den Buchlaunch habe ich vorbereitet. Das Buch kam jetzt am 7. Oktober raus, also so vor knapp zwei Wochen und es ist tatsächlich jetzt auch der erste Podcast, wo ich drüber reden darf. Vor zwei Tagen habe ich die Info erfahren, ich bin neu gebackener Spiegel-Bestseller-Autor mit meinem neuen Buch geworden. Hey, gratuliere! Dankeschön, danke, danke. Und das ist für mich halt auch so ein Ding, weil ich halt die letzten zwei, drei Monate wirklich nur Gas gegeben habe und jetzt eigentlich wieder sage, so, und jetzt kann ich wieder mal ein bisschen runterfahren, jetzt kann ich vom Gas geben und rein theoretisch wieder reißen. Muss dazu aber auch sagen, gesundheitlich habe ich auch am Montag erfahren, also die Woche war sehr emotional für mich. Auf der einen Seite bin ich Spiegel-Bestseller-Autor geworden, auf der anderen Seite hatte ich am Montag eine Kernspintomographie und ich stehe im Moment am Stehschreibtisch mit einem Bandscheibenvorfall im Lendenwirbelbereich. Oh, eine Verbesserung. Dankeschön. Aber ich meine, hey, ich will das jetzt nicht runterspielen, aber es können auch ganz andere Dinge aus Kernspintomographien rauskommen, deswegen. Oh, definitiv. Ich habe gedacht so, oh, ja, also. Definitiv. Also ich nehme es jetzt erst mal tatsächlich, ich meine, everything happens for a reason. Das ist so ein bisschen mein Mantra, nach dem ich lebe. Aufreißen, egal was mir alles passiert ist. Und ich wurde angeschossen, ich bin durch einen Hurricane gesegelt, dann kann mir ein Bandscheibenvorfall auch nichts. Ich bin eine Maschine, mein Körper wird das irgendwann auch realisieren. Aber wahrscheinlich wird es jetzt auch für meine, also physisch und psychisch auch einfach mal gut sein, ein bisschen vom Gas zu gehen und einfach mal in die Selbstheilung zu gehen, aber danach gestärkt zurückzugehen. Und wer weiß, für was es gut ist und ich danach wieder irgendwelche anderen kreativen Ideen habe, wo ich dann wieder richtig Gas geben kann. Ja, absolut. Das ist ja ziemlich krass. Dein neues Buch, kannst du uns den Titel verraten und wie das heißt und worum es da geht? Ist es diese dunkle Seite des Reisens? Richtig, genau. Also das erste Buch war ja die Geiz zurück im Lebenslauf, sechs Jahre der Weltreisen, wo so chronologisch erzählt wurde, wie ich das Reisen für mich entdeckt habe und bis hin zu meinem ersten Schritt auf die Bühne. Und das zweite Buch, das ist die dunkle Seite, was nicht so geil war in mittlerweile über zehn Jahren Weltreisen. Und die Idee kam mir tatsächlich, als ich in Brasilien vor zwei Jahren eine Düne runtergerollt bin und mir ein Muskelfaser zugezogen habe und ich mir gedacht habe, ey, mir passiert so viel Scheiß auf Reisen und das passiert irgendwie jedem Reisenden. Jeder Reisender weiß, dass es nicht immer nur ein Mojito am Strand schlürfen bedeutet, wenn man reist, aber es gibt da noch keine wirklichen Geschichten da drüben oder Bücher. Und da habe ich mir halt mal gedacht, ja, dann mache ich das mal. Und mittlerweile ist es ein Buch mit über 300 Seiten geworden, wo letztendlich diese Woche auf die Spiegel-Bestsellerliste gekommen ist. Und da geht es über die sogenannten Fuck-Ups, über die Shit-Happens-Momenten auf Reisen, über die dunkle Seite, über das, was man auf Instagram von diesen ganzen Influencern eigentlich nie mitbekommt. Und da werden Knall hat die Hosen runtergelassen und die Fakten auf den Tisch gelegt und ein Sinister-Stripteer ist durchgezogen. Aber im Schein kommt es gut an bisher. Krass. Ja, klar. Solche gerade so kontroversen Dinge, die kommen immer super an. Ich sage mal, das, was mich am meisten, also ich persönlich, finde Reisen jetzt auch nicht nur geil, sondern es ist auch irgendwie manchmal nervig. Das gebe ich auch ehrlich zu. Und ich will jetzt absolut auch nicht hier jammern. Das ist natürlich jetzt auf hohem Niveau. Aber für mich ist irgendwie, also wir haben ja gerade gesagt, ich reise viel, aber bei mir ist es vor allen Dingen geschäftlich. Und für mich ist es halt am schwierigsten, so mit diesen wechselnden Umgebungen die eigene Routine aufrechtzuerhalten. Also sprich, wenn ich irgendwie ein Sportprogramm mir vorgenommen habe. Ja. Und dann gehe ich halt irgendwie in ein tolles Hotel zum Beispiel. Ich bin jetzt weniger so der Backpacker-Typ. Ich gehe halt in Hotels, weil ich immer starke Internetleitungen brauche oder mal in Airbnb. Aber dann ist da gar nicht das Trainings-Equipment da. Oder man darf gar nicht trainieren, weil sie beschlossen haben, beispielsweise, dass C-Punkt-Punkt jetzt in Trainingsräumen wütet. Auf Partys nicht. Und Partys und Festivals ist alles okay. Aber in Fitnessstudios. Aber in Fitnessstudios. Fitness darf man da nicht machen. Dann werde ich dann da rausgerissen. Oder dann gibt es irgendwie, dann will ich in einer bestimmten Art und Weise essen. Also ich esse ja Low-Carb und Keto vor allen Dingen. Und dann gibt es da aber fast nur geile Früchte oder sowas. Sowas nervt mich dann. Das glaube ich. Das ist definitiv eine Herausforderung beim Reisen. Das ist also wirklich. Ja. Da weiß ich auch genau, was du meinst. Ob das jetzt der Sport ist oder die Ernährung und dann bist du in anderen Zeitzonen und dann haben wir eine komplett andere Kultur. Dann ist es natürlich sehr, ich sage jetzt mal, es kostet sehr viel Energie, wenn man so seine eigene Routine aufbehalten will. Ja. Und das ist genau der Punkt. Du reist sehr viel geschäftlich. Wenn ich versuche, abenteuermäßig zu reisen, dann gebe ich mich aber auch automatisch außerhalb von dieser Komfortzone und lasse diese ganzen Eindrücke auf mich wirken. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, zu sagen, so ich habe jetzt irgendwie nur ein Buchlounge oder es gibt irgendwie die Travel-Uni 2.0 oder sowas und ich reise aber währenddessen irgendwie in Indien durch die Gegend oder dann nach Australien oder gehe dann nach Papua-Neuguinea, weil ich da genau weiß, okay, da gibt es nicht wirklich gute Internetverbindungen. Da ist 35 Grad im Schatten bei 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Da kannst du dich nicht wirklich konzentrieren. Das sind dann doch wirklich die Momente, wo ich genau weiß, für diesen Zeitpunkt suche ich mir eine Umgebung, wo ich meine Routine auch wieder habe, wo ich ein gutes Internet habe, wo ich mich gemütlich irgendwo hinsetzen kann. Da nehme ich mir dann auch eher ein Hotel oder wahrscheinlich eher Airbnbs. um da auch wieder zu arbeiten. Aber wenn es darum geht, auf meiner Reise also wirklich das Abenteuer zu priorisieren, also wenn ich jetzt keinen Bandscheibenvorfall hätte, wäre es eigentlich geplant, in der Woche nach Mauretanien zu gehen und diesen Iron Train durch die Sahara-Wüste zu fahren. Da muss ich nicht auf die Idee kommen, irgendwie am Laptop zu sitzen und da irgendwie zu arbeiten, wenn du bei minus 10 Grad nachts durch die Sahara-Wüste fährst oder so. Nee, klar. Dann nicht bei mir. Also wenn ich das so reflektiere, bei mir sind es überwiegend Geschäftsreisen. Also ich bin eigentlich immer, ich muss das ja alles irgendwie am Laufen halten. Ja, das ist, aber es ist auch okay. Es ist halt immerhin das, was ich abkriege und was ich halt machen kann, so in meinem Rahmen. Ist ja trotzdem sehr, sehr nice. Und gerade in Mexiko bin ich auch viel, weil halt Mexiko auch eines der Länder ist, die jetzt in letzter Zeit jetzt am wenigsten restriktiv waren und man sich dort auch bewegen konnte. Ist natürlich auch sehr schön. Jetzt würde mich sehr interessieren, inwiefern hat dich diese ganze Reiserei, wenn du jetzt schon sagst 10 Jahre Weltreisen, inwiefern hat sich das verändert? Was hat sich bei dir verändert? Boah, unwahrscheinlich viel. Also ich muss sagen, jetzt nicht rein nur optisch, also früher hatte ich so diesen typischen Kurzhaarschnitt und ich meine, wir beide mit längeren Haaren und Mähnbarn. Also man ändert sich natürlich auch optisch, aber ich glaube, das ist ein Teilprozess von dem, dass wenn du auf Reisen gehst, ich sage immer zu Hause, wenn du in deinem normalen Umfeld bist, dann hast du eine gewisse Erwartungsrolle zu spielen. Da bist du entweder Sohn oder Tochter, da bist du Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, da bist du Geschwister, da bist du Partner oder Partnerin und du hast dir gewisse Erwartungen mehr oder weniger eine gewisse Rolle zu spielen. Und genau dieser Druck, der dir mehr oder weniger auf den Schultern lastet, den hast du beim Reisen nicht. Da kannst du einfach nur du selbst sein, so in diesem Hier und Jetzt Leben und wie so ein ungefilterter Schwamm alles aufsammeln. Und da kommen natürlich jeden Tag neue Eindrücke auf dich zu. Du lernst neue Länder kennen, du kommst in Kontakt mit Menschen aus aller Welt. Das erste Mal, als ich in Mexiko war oder war ich in Mexiko und ich konnte da ein bisschen Spanisch sprechen und das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich mit Menschen aus Argentinien unterhalten konnte. So alleine die Möglichkeit zu haben, dass du dich mit einem Großteil der Menschheit auf der Welt irgendwie mit einer Sprache irgendwie kommunizieren kannst. Das war so richtig mindblown. Und so mittlerweile in zehn Jahren, da kommt natürlich einiges zusammen. Ich muss sagen, ich bin viel reflektierter geworden. Also früher war ich wirklich so, hey cool, ich meine, musst dir vorstellen, ich war 22 Jahre alt, war gelernter IT-Systemkaufmann, hatte einen Anzug an und einen schönen, keine Ahnung, Audi A3 Sportsback als Geschäftswagen. Und damals hätte ich halt gedacht, geil, Kleider machen Leute und richtig cool und guck mal, ich bin voll der coole Mac, in dem ich halt in so einem Auto rumfahre. Mittlerweile, ich bin halt so unwahrscheinlich nicht materialistisch. Ich lebe aus einem Backpack für Monate, aber ich lieb's und muss aber auch sagen, so einer meiner größten Learnings ist, bedingt durch meine Weltreisen, habe ich für mich gemerkt, du musst dein eigener Superheld werden. Das meine ich jetzt nicht, dass wir irgendwie morgen mit einem Superman-Kostüm irgendwie rumrennen müssen, aber ich meine es eher bildhaft gesprochen, dass du für alles in deinem Leben zu 100% Verantwortung übernehmen darfst oder sollst. Und das ist so ein Punkt, das ist auch, wie ich vorhin schon erzählt habe, ein Unterschied, Dinge zu wissen oder Dinge zu erfahren. Ich glaube, im Prinzip sind wir Menschen ja alle eher faul. Und dann ist es relativ schnell so, dass wenn wir etwas machen wollen, aber irgendwie dann doch nicht so den Drive haben, schreiten wir ganz schnell den Finger aus und deuten auf andere Menschen oder auf andere Dinge, um die Schuld abzuweisen, um die Verantwortung abzugeben. Und dann sehen wir uns sehr oft in diesem Szenario wieder dieses, oh ja, würde ich gerne machen, aber. Und dann kommen irgendwelche Gründe, also ich nenne es eher Ausreden, warum wir diese Dinge nicht tun. Und auf Reisen habe ich halt gemerkt, auch wieder als Bild gesprochen, wenn du auf einem Segelboot bist und du bist der Kapitän, dann ist es egal, von welcher Richtung der Wind kommt, nämlich du kannst das Ding steuern, um in deine Richtung zu gehen, um dein Ziel irgendwie zu begreifen oder zu realisieren. Und das ist halt einer meiner Top-Lehrungs gewesen, zu 100% in meinem Leben Verantwortung zu übernehmen. Aktuelles Beispiel, klar könnte ich jetzt sagen, oh shit, ich habe einen Bandscheibenvorfall, ich kann jetzt gerade nicht reisen gehen und viele würden sagen, die Welt ist unfair, warum passiert das mir? Oh Mann, das ist doch Kacke. Aber ich sage halt, ey, ich bin selber dann schuld, durch was auch immer und jetzt liegt es aber auch an mir, dass ich wieder in die Heilung gehe, dass ich wieder Gas geben kann, damit ich irgendwann wieder 100% bin und auch anderen Menschen wieder weiterhelfen kann. Also das ist wirklich eine Kopfsache. Der zweite Punkt, wo ich auch gelernt habe, weil ich sehr viele davon mache, sind Fehler. Ich glaube, als CEO, als Mensch, als Sven, kann ich mir vorstellen, du hast auch schon mal den einen oder anderen Fehler im Leben gemacht. Ständig. Richtig. Aber was lernen wir daraus? Also, sag mal es mal so, in der Schule, seitdem, also bei mir war es so, ich bin nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen in Sachen Deutsch. Hat es jetzt einen Spiegelbestele geschrieben, aber ich war noch nie gut in Deutsch. Und wenn du ein Diktat schreibst oder einen Aufsatz, wurdest du in der Schule, seitdem du so klein bist, anhand deiner Fehler benotet. Das heißt, seitdem wir klein sind, wurde bei uns mehr oder weniger rein indoktiert, Fehler machen ist schlecht. Fehler machen ist was Schlechtes, weil du dann schlechte Noten bekommst und dann schlechte Zeugnis und dann irgendwie einen schlechten Ausbildungsplatz oder keine Ahnung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es geil, Fehler zu machen. Man sollte die Fehler nicht öfters machen, also nicht den gleichen Fehler öfters machen, sondern daraus lernen. Aber Fehler ist meiner Meinung nach die beste Wissensquelle, die du hast. Und für mich, muss ich sagen, Fehler machen sollte eigentlich gleichgestellt werden mit Erfahrung sammeln. Das ist nichts Schlechtes. Absolut. Also Fehler, man kann ja auch nur aus Fehlern lernen. Man sagt ja auch, Success is a terrible teacher. Ja, richtig. Es ist ja sogar so, ich habe gerade hier in meinem, ich habe gestern einen Podcast gehabt mit Robbie Blanchard, so dem größten Affiliate der Welt. Und der hat das auch genauso bestätigt. Also du musst ständig Fehler machen, auch geschäftlich, um halt irgendwie, weil er hat gesagt, fail fast. Also schnell zu versagen, schnell Fehler zu machen und um halt weiterzukommen, weil wir hatten es dann über sag ich mal das Sport eigentlich ein ganz gutes, also wenn du wirklich ein Weltklasse-Sportler bist, hast du eigentlich eine sehr, sehr gute Grundlage für ein erfolgreiches Mindset und für ein Mindset auch in anderen Bereichen erfolgreich zu werden, beispielsweise Business. Und manche Athleten packen das super, beispielsweise hier Michael Jordan, der so ziemlich mein Lieblingsathlet ist, aber andere packen das auch gar nicht. Wenn du jetzt Graziano Ruggiani anschaust nach dem Boxen oder solche Leute, die dann erstmal richtig Probleme haben und da ging es auch sehr, sehr drum zu sehen, okay, vor allen Dingen, wie du halt mit deinen Fehlern umgehst und wie du Fehler framest und wie du Fehler wahrnimmst, also ob du quasi sie an dich rankommen lässt und sie dich dann definieren und du dann dran zerbrichst oder ob du sie als Treppenstufe benutzt um sozusagen daraus zu lernen und viele junge Athleten, die zu viel Erfolg hatten und zu wenig Fehler gemacht haben auf dem Weg zu ihrem Erfolg, die machen dann halt, es ist so ein bisschen wie so ein Schuldkonto, dann kommen halt die richtigen, also wenn sie dann einen Fehler machen, dann machen sie halt einen richtigen Mist, der dann ihre ganze Karriere zerstören könnte. Deswegen ist es schon super, in kleineren Schritten Fehler zu machen und dann rauszulernen, aber das Wichtige ist, dass man halt daraus lernt. Ja, absolut. Und nicht daran zerbricht, wie du es schon gesagt hast, sondern wirklich sagt, okay, was habe ich falsch gemacht? Analysieren, wieder aufstehen, Staub abklopfen, weitergehen. Ja, und das geht auch nur, wenn man aber die Verantwortung für übernimmt. 100 Prozent. Wenn wir zum Beispiel Bewerbungsgespräche haben oder lass es mal Mitarbeiter sein, die, wenn du sie fragst, hey, was ist hier vorgefallen und wie gehen wir jetzt damit um und es ist immer nur der, der Schuld, dies, das, die Wirtschaft, dies, jenes, etc., etc., der, dann bist du ja automatisch, wenn du es logisch denkst, ist dieser Mensch in einer Situation, wo er nichts ändern kann, weil er ist ja 100 Prozent Opfer. Ja. Und dann wird das halt aber auch immer so sein. Dann wird er oder sie automatisch immer mit dem Finger auf andere zeigen und wird das wirklich und ich sage auch nicht, dass diese Menschen lügen. Ich sage nur, sie sind in einer Position, in der sie komplett ihre Macht abgegeben haben über jede Situation und komplett nur die Umwelt verantwortlich machen. Absolut. Und das kann ich dann wiederum, wenn wir es aufs Reisen beziehen, wenn du so denkst, dann bist du B***. Ist so. Nee, ist so. Hundertprozentig, klar. Dann hast du richtig verloren, weil, ähm, dann ist es so, irgendwie so, beispielsweise, äh, du hast ein Flugticket und irgendwie, ähm, bist du zu spät aufgestanden oder, oder der Shuttle, der Shuttle, der Shuttle kommt, nicht und du kommst nicht zum Flughafen und was machst du dann oder du kommst am Flughafen und merkst es von mal, selbst wenn es, und das hatte ich schon mal erlebt, das hatte ich schon erlebt in, sowohl in Mexiko, im Flughafen Cancun, als auch im Flughafen in Rom. Du gehst zwei Stunden vorher hin, aber der Flughafen ist so voll, dass du trotzdem gar keine Chance hast, irgendwie auch nur an den Schalter zu kommen, weil es einfach überlaufen ist, aus irgendeinem Grund. Selbst fünf Uhr morgens. Es ist, und irgendwie ist es auch so, dass gerade die, die frühen Flüge sind überlaufen oft, da ist der Flughafen überlaufen, weil wahrscheinlich die Flugtickets günstiger sind, oder aus irgendeinem Grund ist es gerade früh kritisch und dann, und da musst du halt kreativ werden. Wenn du dann sagst, okay, das ist jetzt der Umstand, ja, aber du zahlst dann aber auch die Rechnung, wenn du dann nicht fliegen kannst und vielleicht Hotels gebucht hast oder sonst irgendwas woanders und das Geld nicht mehr kriegst. Ja. Absolut. Und dann ist es halt auch so, die Airline ist dann schuld und das bin ich. Mir ist es tatsächlich auch mal passiert in Lissabon. Da hatte ich ein eigenes Abenteuercamp in Marokko, bin für eine Veranstaltung, aber nach Lissabon eingeflogen worden, hatte da zwei Tage Workshops, bin dann am nächsten Morgen um 10 Uhr ging mein Flieger und ich hatte, wie gesagt, nur Handgepäck, musste nichts einchecken, und ich war vielleicht eine Stunde vorher da und dann noch ein bisschen geschaut und gemacht und getan und da habe ich gemeint, okay, Schalter schließt bald, ich gehe da mal hin und es war keiner am Schalter und ich sage jetzt mal, ich weiß nicht mehr die genauen Uhrzeiten, aber der Flug geht um 10.15 Uhr und letzter Check-In war um 9.45 Uhr. Ich bin um 9.47 Uhr an den Schalter gegangen. Es war keiner mehr da, aber die Clerkdisk, also die Sachbearbeiterin war noch da und hat irgendwas am Computer gemacht und ich habe nur gemeint, ja, hier, Nick Martin, hier kurz mein Reisepass hin gezeigt und hat es gemeint, ja, nee, sorry, da schaltet er schon zu. Ich so, ja, ja, aber sie sitzt ja noch da, also ich habe ja nicht einmal was einzuchecken. Sie müssten mir nur die Bordkarte ausdrucken und ich bin dann schon auf dem Weg, also ich schaffe es locker, in 10 Minuten durch diesen Terminal zu rennen. Die hat mich nicht einsteigen lassen, die hat mich nicht boarden lassen. Wegen 2 Minuten. Weißte. Und das war auch der Punkt, wo ich dann gesagt hätte, ja gut, ich könnte jetzt rumheulen. Ich habe aber auch das Beste draus gemacht und das ist nämlich das Schöne, wenn man selber Verantwortung übernimmt. Du bist ja dann in der Lage, also man sagt das ja immer, das Leben ist wie Pokern spielen, du bekommst deine Karten gedealt, aber das Leben kommt ja darauf an, wie du deine Karten spielst, nicht was du gedealt bekommst. Und da habe ich dann auch gesagt, ja, dann mache ich mir halt irgendwie noch einen schönen Tag, habe über Facebook so ein paar Bekannte angeschrieben, wo ich halt weiß, sie sind vielleicht auch in Portugal oder in Lissabon und wir haben uns da abends getroffen, hatten da noch so ein richtig schönes Meeting gehabt und ich bin halt irgendwie am nächsten Tag dann geflogen und ich hatte eigentlich eine coole Zeit und ich liebe Lissabon. Ich finde es eine richtig, richtig schöne Stadt. Aber da denke ich halt auch, für Menschen, die eher in der Opferhaltung sind, die hätten sich aufgeregt und die hätten gemeint, oh, scheiß Airline und die wieder und warum jetzt denn mit mir und ist das doch alles so unfair. Und da muss ich sagen, wenn du mehr Verantwortung in deinem Leben übernimmst, ist es am Anfang vielleicht schwieriger oder ungewohnter, weil du halt auch mit den Konsequenzen arbeiten darfst. Aber im Anschluss, so im Makrobereich, ist es viel gelassener, weil du halt selber der Steuermann von deinem Boot bist und kannst halt Dinge in Richtung bewegen, die du willst und nicht als Opfer irgendwie, ich setze mich jetzt in die Ecke und heulen. Ja, absolut. Es ist auch einfach so ein Ding, die richtigen Fragen zu stellen. Ja. Zum Beispiel, hey, was kann ich jetzt hier draus lernen? Oder wie könnte ich jetzt aus dieser Situation was richtig Cooles machen? Oder wie könnte ich dieses Problem jetzt überwinden? Beispielsweise, ich hatte ja genau dieses Problem in Mexiko. Im Prinzip war das so, ich hatte auch nur noch eine halbe Stunde vielleicht bis zum Borden und der Flughafen war komplett voll. Warum? Weil es Stau auf dem Hinweg gab von Playa nach Kincun. Playa del Carmen, ja. Und dann stand ich halt auch da. Mein Ausweg war dann, ich habe dann halt den Kontakt zu den, ich sage mal, Flughafenarbeitern gesucht und habe halt einfach gefragt so, hey, can you help me get faster through the line? Und dann sagt der Typ so, überlegt er so und sagt, hey, dann sagt er, yeah, sure, we can do something between us. Das ist immer das Code-Wort, something between us. Ich so, of course we can do something between us. Yeah, then we do something between us. Und dann hat er mich halt dann vorher und dann hat er durch die Gegend und er hat dann mein Gepäck genommen und dann durch die Gegend gezogen und dann sagt, und dann seinem Kollegen gesagt, hier, check den mal ein. Jetzt hätte ich ja den Flug gemacht. Und dann habe ich ihm halt 100 Dollar zugesteckt. Klar, du, es gibt immer so viele Möglichkeiten. Man muss aber manchmal einfach nur fragen. Und dann war ich total happy, weil ich meine, es hat jetzt auch niemandem wehgetan, weil es hat wirklich nur eine Minute gedauert. Weil ich hatte alles schon gemacht vorher, Online-Check-In etc. Es war einfach nur Gepäck und ich habe nicht meine Bordkarte gebraucht. Gab es alles schon digital. Ich habe nur das Gepäck abgeben müssen und dann war ich schon weg. Also es war wirklich nur eine Sache von Sekunden. Und dann sieht man aber auch, und das ist auch eine wichtige Info fürs Reisen, wenn du reist und du hast manchmal so schwierige Situationen, du kannst in vielen Ländern sagen, can we do something between us? Das kannst du in vielen Ländern machen. Und manchmal, man muss natürlich immer fair bleiben den anderen Reisenden gegenüber, aber manchmal geht es halt nicht anders, weil du halt selber Opfer der Umstände bist. Aber genau das ist halt auch wieder der Unterschied. Nämlich viele stehen dann halt einfach in der Reihe und sagen, ja, nee, ist jetzt doof, dann verpasst du den Flug und ich reg mich über alles auf. Und dann kommt aber so ein Sven vorbei und sagt, nee, ich nehme mein Leben selber in die Hand. Ich habe selber Verantwortung. Can we do something between us? Und wenn wir mal ehrlich sind, das Leben ist nicht fair. Und du musst aber halt auch die Eier, beziehungsweise als Frau die Eierstöcke in der Hose haben, um da halt auch wirklich Gas zu geben. Und das bringt mich tatsächlich auch auf meinen dritten Punkt, wo ich auch sehr oft auf mein Fortdicken selber sage, wo ich auf mein Reisen gelernt habe, also erstens Verantwortung übernehmen, zweitens, dass ich gelernt habe, dass Fehler machen geil ist. Und der dritte Punkt ist, als Phrase, nobody gives a shit. Und will ich kurz erklären. Und das mache ich sehr oft auf meinen Shows. Da werde ich eine Frage ins Publikum stellen und sagen, ich will eine ehrliche Antwort. Ich kann das Spiel gerne mal mit dir machen. Du hast doch auch schon mal, du hast viele Ziele und Träume, richtig? Ja. Wenn du ehrlich zu dir bist, es gab doch bestimmt einen Zeitpunkt in deinem Leben, wo du ein Ziel oder einen Traum hast, das du aber nicht angegriffen hast, weil du Angst hast, was andere von dir darüber denken. 100%. Okay. Halt mir das mal so fest, locken dir das mal ein. Auf der anderen Seite, ich will eine ehrliche Antwort, ich nehme es dir auch nicht übel. Wir nehmen hier gerade einen Podcast auf. Ja. Ich glaube nicht, oder ich habe, ich mache das jetzt mal als Statement, ich glaube nicht, dass du heute Abend in dein Bett fällst und daran denkst, oh Gott, ich hoffe dem Nick geht es bald wieder besser wegen seinem Bandscheibenvorfall. Ich habe, genau, ich habe es schon wieder vergessen. Richtig. Und das ist auch völlig normal. Im Publikum mache ich meistens die Frage, wer von euch ist irgendwie heute Abend, liegt im Bett und denkt, oh Gott, hoffentlich kommt der Nick noch gut heim. Keiner meldet sich. Und die Antwort war mir schon komplett bewusst, weil wir Menschen sehr egoistisch behaftet sind. Und das ist aber jetzt so ein Zwiespalt. Auf der einen Seite wollen wir Ziele und Träume verwirklichen, machen das aber nicht, weil wir Angst haben, was andere denken, aber wir haben auch gerade erfahren, letztendlich an jedem Abend legt sich jeder in sein eigenes Bett und denkt nur über seine eigenen Herausforderungen nach. Und dahingehend, nobody gives a shit. Also zieh dein Ding durch, egal was du für Ziele und Träume hast, auch wenn die noch so verrückt sind. Solange du Spaß daran hast, muss es keinen Sinn für andere ergeben. Und das war für mich auch ein ultimativer Game Changer, nicht nur beim Reisen, auch im Unternehmen, dass ich Dinge angegangen bin und zu sagen, nobody gives a shit. Und klar, es gibt Menschen, die dich kritisieren, die da ein bisschen nörgeln, die es vielleicht auch nur lieb meinten, also in deinem sozialen Umfeld, Partner, Partnerin, Eltern, Geschwister, Freunde, aber ziehst trotzdem durch. Ja, absolut. Mir, diesen Gedanken hatte ich auch schon. Und und zwar merke ich das immer, du siehst ja schon manchmal Situationen, wo Leute sich blamieren, beispielsweise. Wo zum Beispiel, keine Ahnung, mir ist schon mal dasselbe passiert, wie Donald Trump, dass ich nämlich rumgelaufen bin und gemerkt habe, oh, da ist ja noch so irgendwie, da ist Klopapier an meinem Schuh geklebt. Ja. Und und ich bin damit rumgelaufen und da hat mich dann jemand darauf aufmerksam gemacht und da habe ich auch erst im ersten Moment gedacht, wie peinlich und bla 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 und aber es interessiert wirklich gar keinen. Also, wenn du, wenn ich da mal so, ich erinnere, das interessiert überhaupt gar keinen. Oder manchmal siehst du gerade in den USA so die Leute, die völlig geistig verwirrt sind. es gibt halt so viele so, so Leute, die also mit sich selbst reden und laut und vielleicht, jeder hat schon mal sowas gesehen. Und weißt du was, und ich habe immer das Verhalten von anderen Menschen beobachtet mit diesem Hintergedanken. Ich habe gefragt, does anyone give a shit? Ja. Also von wegen, gibt es irgendjemanden, der das irgendwie, den das irgendwie tangiert oder interessiert? Die Menschen, die ignorieren sogar sowas völlig. Und niemand, und dem ist es natürlich nicht peinlich, weil der fährt seinen Film und ich weiß auch nicht, was mit den Leuten los ist, die dann vor sich hin reden und vor sich hin brüllen und irgendwie mit, also gefühlt mit Geistern reden. Aber nobody gives a shit. Das ist wirklich alles egal. Oder ich habe, also, ich habe Sachen gesehen, ich habe mal eine Frau gesehen in Köln an, an irgendeiner der ganz populären Straßenbahnhaltestellen. Die hat sich hingehockt und hat gepinkelt. Einfach so, die hatte kein, keine Höschen an und so, die hat einfach so, das habe ich so im Vorbeigehen gesehen. Da habe ich gedacht, boah, krass. Und weißt du was? Niemand hat es interessiert. Ja. Niemand. Die haben alle so als wenigstens. Das heißt, es ist wirklich so, wie du sagst, es interessiert wirklich niemanden. Es ist wirklich scheißegal. Ja. Und aber selber ist man als Mensch so, ja, was denken die, was denkt der, was und so weiter und so fort. Ich habe zum Beispiel, ich wollte lange diesen Podcast machen. Ich habe auch einen englischen Podcast. Mhm. Und ich habe es Jahre nicht gemacht, weil ich halt natürlich auch gedacht habe, um Gottes Welt, was denken die Leute und wie kommt es an? Und gerade wenn, das klingt jetzt total bescheuert, aber ich hatte schon ja diese erfolgreiche Firma, Digislo 24, das heißt, ich hatte schon ein gewisses Erfolgslevel und dann war es mir umso peinlicher, wenn dann ein Podcast klein ist oder klein anfängt. Mhm. Habe ich dann gedacht, das ist ja total dann peinlich, wenn du da irgendwie einerseits schon irgendwie dieses Image hast, das Erfolgreichen, aber dein Podcast ist fucking small. Aber das finde ich das Interessante, das geht bei dir in den Kopf. Also ich kann mich da voll identifizieren, das ist sozusagen dein Mindfuck. Aber auf der anderen Seite, wie es tatsächlich ist, dass Leute sagen, boah krass, der Sven, erfolgreicher Gründer, Digislo 24, mega geil, aber hey cool, der hat einen Podcast, da erlebt man den noch viel näher, da erlebt man den viel verletzlicher, vielleicht ist er noch gar nicht so groß und das ist viel nahbarer an die Menschen. Ich habe das allergleiche, wenn ich auf der Bühne bin, das ist dann natürlich auch was, ein Bewegbild, nämlich du bist auf der Bühne, die ist etwas höher und Menschen schauen auf dich herauf und du siehst, also die Menschen denken, du siehst auf sie herab und danach, wenn Leute kommen und sagen, Entschuldigung, können wir vielleicht irgendwie ein Selfie machen und dann bin ich immer derjenige, der komplett nah war, hey klar, auf jeden Fall, ich bin dann der, der die Grimassen mit denen macht, so in der Art und die finden dann so, ey cool, das ist ja auch nur ein Mensch und das ist das Schöne, das ist eigentlich so wirklich der größte Punkt, wo die Leute dann merken, ey, der backt auch nur mit Brot oder ich weiß nicht, wie das Sprichwort da ist. Er kocht auch nur mit Wasser. Richtig, man kocht auch nur mit Wasser, der backt auch nur mit Brot, kann man auch mal so sagen. Aber dass du dazu unwahrscheinlich nahbar bist und auch vor allem, wenn du mal Fehler machst, wo die Leute dann merken, ach krass, sogar ein Sven, sogar ein Nick, sogar ein, keine Ahnung, sogar ein Barack Obama, auch die machen Fehler, auch das sind nur Menschen und das ist ja mehr oder weniger auch eher eine Inspiration dann nach außen hin, wo die Leute vielleicht auch wieder getriggert werden, zu sagen, ey, ganz ehrlich, wenn die das machen, dann kann ich das auch. Ja, absolut und das ist sogar, ähm, interessanterweise hat es so eine große, starke Bedeutung, also egal, ob jetzt in meiner amerikanischen Firma oder in der deutschen Firma, wenn sich jemand bewirbt und ich bin bei sehr vielen Bewerbungsgesprächen dabei, ich kann mich, seitdem ich den Podcast gestartet hatte, nicht an ein einziges Mal erinnern, wo die Leute nicht den Podcast gehört haben. Das heißt, obwohl dieser Podcast relativ klein ist, hat den jeder gehört, der sich zum Beispiel für die Arbeit oder für das, ähm, für den Job bei uns. Und dann sehe ich erst mal, mein Gott, das ist so, auch wenn es jetzt nicht so viele Menschen erreicht und klar, das ist natürlich nur für eine bestimmte Zielgruppe, es ist ein businesslastiger Podcast, et cetera, et cetera, wen interessiert es schon, aber es interessiert genau die Richtigen. Genau so ist es. Genau so ist es. Ja, das ist der Wahnsinn. Und deswegen, ja, irgendwie ist es schon so, there are people who give a shit, ist es irgendwie schon, aber gleichzeitig ist dir auch niemand böse, wenn es nicht perfekt ist und so weiter. Und ich, ähm, ich kriege zum Beispiel nicht immer die Technik richtig hin. also beispielsweise meine hochqualitative Kamera, die habe ich jetzt heute nicht an und gestern auch nicht angehabt zum Beispiel, weil ich es halt jetzt nicht hingekriegt habe, die zum Laufen zu bringen. Jetzt habe ich halt die Bildschirmkamera an. Ja. Und dann ist es so, aber letztendlich kommt es ja dann auch nicht auf den Rahmen drauf an, sondern auf den Inhalt, was Leute vielleicht jetzt aus dem Podcast mit rausziehen. Und ich habe da auch noch eine kleine Geschichte. Ähm, mein Buch, das Buch, wo jetzt rausgekommen ist, das sollte vor einem Monat rauskommen. Aber, ich meine, es geht ja um die Fuck-Ups des Reisens. Und tatsächlich, es war, es sollte an dem Wochenende rauskommen, wo wir alle zusammen in Wien waren, ähm, für den Digistore-Event. Und, ähm, die Druckerei hat aber ein bisschen missgebaut, indem sie das Cover komplett falsch gedruckt und zusammengeschnitten haben. Und es waren eine große Menge an Büchern, die vorbestellt wurden in den Markt. Und wir konnten den Markt nicht beliefern, weil über 60 Prozent des Druckes war nicht verkaufsfähig. Und dann mussten wir halt den kompletten Launch-Termin nur einen Monat verschieben. Und ich meine, du weißt, was es heißt, einen Launch zu verschieben, die ganzen Marketingmaßnahmen, was wirklich auf diesen Punkt detailliert geplant war, war halt irgendwie für den Arsch. Und, aber ganz ehrlich, die Leute haben es gefeiert, weil sie gesagt haben, cool, also wenn es ein Buch gibt, was über die dunkle Seite geht, des Reisens, also über die Fuck-Ups, und dann auch noch den Buch-Lounge zu verkacken, das fanden die richtig cool. Und, everything happens for a reason. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Ding ein Spiegel-Bestseller geworden wäre, wenn ich das vor einem Monat schon gelauncht hätte, weil dann im Zuge dessen, weil wir noch einen Monat Zeit hatten, noch ein paar Marketingmaßnahmen gezogen haben, die halt hätten vorher nicht da waren. Und dahingehend, ich glaube, wir machen uns für uns selber, für unsere Babys, für unsere Produkte, für das, was wir nach außen darstellen, dargeben, viel zu viel im Kopf. Wir sollten einfach noch viel mehr einfach sagen, ist egal, für irgendjemanden will es genau das Richtige sein und es wird perfekt so sein, ohne dass wir es wissen, dass es perfekt ist. Absolut. Und das macht einen auch sympathisch, wenn man Fuck-Ups zugibt. Definitiv. Und wenn man nicht versucht, zu perfekt zu sein in einer Welt, in der Perfektion vorsimuliert wird. Also, wenn du jetzt auf Social Media guckst, da tut ja jeder so, als wäre er, oder wäre sie ein Model und würde perfekt aussehen. Und da gibt es ja auch Tools für Facetune und so weiter, die dann quasi so ein perfektes Bild vorspielen. Und da ist es für mich halt schön, das ist auch ein Aspekt des Reisens. Die Amerikaner sind da ganz anders drauf, gerade was Produkte rausbringen angeht. Also der Deutsche, also der große Unterschied, dem Deutschen kann das eigene Produkt nicht perfekt genug sein. Richtig. Und der ist da am Perfektionieren ohne Ende, Hauptsache das eigene Produkt. Und der Amerikaner, der tendiert dazu, genau das Gegenteil zu sein. Der Amerikaner interessiert sich gar nicht für sein, großartig für sein Produkt, sondern der möchte einfach nur Marketing machen und es raushauen. Und in Amerika ist es auch teilweise gang und gäbe, dass die Leute ihre Produkte verkaufen, bevor sie ein Produkt haben, um zu entscheiden, ob sie denn überhaupt eins herstellen. Ja. Das ist total krass. Also das kann man sich als Deutscher gar nicht vorstellen, aber es ist wirklich so. Und es ist ein smarter Move, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ja auch bei den Bewerbungen. Ich meine, nicht umsonst hieß mein erstes Buch die geilste Lücke im Lebenslauf, weil in Deutschland, man denkt, langzeitreisend kreiert eine Lücke im Lebenslauf, was es ja letztendlich gar nicht ist. Aber in Deutschland ist es ja so, wenn du dich irgendwo bewirbst und du hast schon sehr viele Stationen in deinem Leben, du hast schon ein sehr erfahrenes Leben hinter dir mehr oder weniger, dann gucken die Leute hin und sagen, uh, ich weiß nicht, ob der Nick dafür jetzt gemacht wäre, weil der schon so viele verschiedene Jobs hatte. Und der findet sich ja in nichts irgendwie zurecht. In Amerika ist die Denkweise komplett anders. Die gleiche Bewerbung, die gleichen Voraussetzungen, nur die Leute haben anders Mindset und sagen, ach krass, das ist ja cool. Der hat schon unwahrscheinlich viel Lebenserfahrung in so vielen verschiedenen Bereichen gehabt. Das ist richtig cool. Ja, das ist total krass mit diesem Mindset aus Sicht des Arbeitgebers. Ja. Bei mir ist es beispielsweise so, ich finde es total cool, wenn jemand verschiedene Sachen gemacht hat oder auch, ich sag mal, logisch erklärbare Lücken im Lebenslauf hat. Also wenn jemand sagt, hey, ich war zwei Jahre auf Weltreise, dann voll cool, hab ich überhaupt kein Problem mit. Was ich aber natürlich auch sehen will, ist, dass jemand irgendwo mal ankommen kann und auch, es gibt auch so Leute, die sich gar nicht entscheiden können, weil heutzutage ist Nachbarsgarten auch immer grüner und man schaut dann immer woanders und dann könnte man ja das machen und das wäre doch ein cooler Job und dann könnte ich das machen und dann wäre ich dann doch und dann, ah, Vertrieb wäre doch geil, dann gehe ich in den Vertrieb, nee, doch nicht, dann gehe ich doch ins Marketing, nee, doch nicht, dann gehe ich doch ins Management, nee, doch, ah, das ist ja stressiger, dann gehe ich doch lieber das und das. Also, also von dem Hintergrund schaue ich das an, aber klar, wenn jemand viele Dinge gesehen und erlebt hat und gerade halt auch viele andere Kulturen erlebt hat, ist es natürlich ideal und da muss ich auch sagen, jetzt auf mich bezogen, ich habe durch, also durch diese vielen Reisen und dieses viele, die sind auch im Ausland gelebt und so weiter, halt vor allen Dingen die deutsche Kultur schätzen gelernt, die ich vorher teilweise verachtet habe. Ich persönlich. Das kenne ich, ja. also das ist halt auch irgendwo, also im Ausland ist es nicht so selbstverständlich, dass wenn du jemanden buchst, der die Wand streicht, dass er die Wand auch wirklich streicht, so wie du das möchtest, nämlich einfach. Zu dem Termin, ja. Ja, zu dem Termin, das ist nicht selbstverständlich und das habe ich halt mehrfach erlebt, weil ich halt jahrelang im Ausland gelebt habe und da fand ich es halt dann wieder toll, zum Beispiel jetzt hier bin ich momentan in der Schweiz und in der Schweiz, wenn du halt irgendwie jemandem sagst, er soll irgendwie eine Wand streichen, dann ist die Wand aber perfekt gestrichen und genau zu den Konditionen und in dem Zeitraum, der vorher vereinbart war. Das ist halt eine Sache, die findest du halt in Miami nicht beispielsweise. Ja, oder auch in Costa Rica. Da habe ich wirklich, ich habe ein Motorrad gekauft in Costa Rica, weil ich mir gedacht hätte, naja, also entweder du mietest dir eins für 50 Dollar am Tag, um da von A nach B zu kommen oder ich kaufe mir halt irgendwie so eine 750er CC Dirtbike und verkaufe es am Ende wieder und der hatte aber halt nur einen Kickstarter und keinen Elektrostarter, habe ich gemeint, komm, das kauf ich mir noch dazu und das kann dann irgendwie ein Mechaniker anmontieren. In den sechs Wochen habe ich es nicht geschafft, dass der Mechaniker das Ding bestellt, also bestellt hat und eingebaut hat. Ja, das ist krass. Oder ich hatte mal für ein Meeting eine Limousine bestellt und das war eh echt teuer und weißt du was, auf dem halben Weg, also es war so eine 20 Kilometer Strecke, ist die Limousine kaputt gegangen und ich habe den nur eine Fahrt bestellt und es hat ein paar hundert US-Dollar gekostet. Ich wollte ein cooles Erlebnis ermöglichen unserer Truppe. Und dann geht auf dem halben Weg die Limousine kaputt. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Zuerst war das so, zuerst fiel so die Klimaanlage aus, wir fuhren so, und dann fiel zuerst die Klimaanlage aus und dann auf einmal wurde uns allen heiß, weil es war ja irgendwie knallende Sonne in Mexiko und dann auf einmal so, wir so, hey, kannst du bitte die Klimaanlage anmachen, Fahrer und so, an die Scheibe geklopft. Ja, ja, okay, und dann macht er so an, dann geht sie gleich wieder aus und dann wieder aus und dann war aber der Kühler am Auto kaputt und dann standen wir dann ein paar Kilometer später, standen wir dann da, Motorhaube auf, Auto dampft. Oh je. Mein Gott, ich habe doch nur einmal eine Limousine bestellt, so schwer ist es doch nicht. Aber da muss ich auch ganz ehrlich wieder sagen, wenn du die Geschichte jetzt so erzählst, du hast ein Lachen im Gesicht, das hört mir richtig raus. Und das sind immer, Es ist mega. Das sind, also, wenn solche, ich sage jetzt mal, negativen Geschichten passieren, natürlich ist es ein Major Fuck-up, aber das sind dann auch meistens die Geschichten, die dich dann in Zukunft darauf zurückblicken lassen und du hast ein riesengroßes Grinsen im Gesicht. Und wenn wir mal ehrlich sind, es sind ja auch die Momente, die das Reiseleben so einzigartig machen. Nämlich, jeder kann mit einem Mojito am Strand barfuß zum Bacardi Jingle Beat wippen, aber wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, halt wirkliche Fuck-ups erlebt hast, ja, du wirst darüber lachen können nach ein paar Monaten. Spätestens. Absolut. Ich kann auch, und ich habe auch in dem Moment voll gelacht. Ganz ehrlich, ich fand das total zum Schießen. Ich habe gedacht, was ein Quatsch. Das war auch im Moment total der Spaß für mich. Ich habe einfach, ich war ja auch schon länger in Mexiko, ein paar Monate, ich habe gedacht, ah ja, okay. Ich habe ja gar nicht die Erwartung, dass alles passt. Ja, das stimmt. Warst du schon, also du hast vorhin gemeint, irgendwie bist du aus Playa del Carmen gekommen, warst du dann eher so in Playa del Carmen oder eher in Tulum unterwegs? Eher in Playa del Carmen, weil ich Playa del Carmen praktischer finde. Ja. Und besseres Internet ist was in Tulum. Ja, absolut. Also ich verstehe auch gar nicht, was die Leute alle an Tulum so geil, also die ganze Welt, muss ich wirklich vorstellen, für diejenigen, die es nicht so ganz kennen, Tulum ist eines der teuersten Orte der Welt in dieser Strand-Area. Also da sind die krassesten DJs der Welt, legen da auf, hier Black Coffee und Solo Moon etc. etc. Die machen da irgendwie da Partys im Bitulum und im Nomadee, da in diesem Hotelbereich, der kostet ein Zimmer. In der High Season, also gern mal vierstellig pro Nacht, US-Dollar, ganz easy, also du kannst ganz easy innerhalb von, oder für, sag ich mal, eine Woche, zehn Tage, da zig Tausende ausgeben. Und gleichzeitig ist es aber so, da gibt es nur diese eine Strandstraße, die ist ungepflastert, voller Löcher. Es gibt keine konstante Wasserversorgung dort, also schon irgendwie über LKWs, aber wenn die LKWs im Stau stehen, dann wird die Wasserversorgung auch gern mal unterbrochen. Ja. Und es ist, egal Restaurants etc., es ist schweineteuer an der Strandstraße, aber das ist der einzig attraktive Platz. Wenn du Downtown bist, dann bist du weg von der Strandstraße, dann ist es ein bisschen Autofahrt. Das sind halt Ruinen, also überwiegend Ruinen. Es ist dann natürlich dort günstiger, aber der interessante Platz ist ja der Strand. Das heißt, ich finde, es ist ein total überteuerter Ort. Es ist sehr schön, aber es ist einfach, finde ich, zu teuer für irgendwie was Vernünftiges. Aber die Musik ist geil und ich bin natürlich ein Musikfan. Ja. Nur in Playa del Carmen, da hast du halt alles an einem. Da hast du halt die Downtown, also die Innenstadt, zusammengeklatscht mit dem Strand. Da musst du nicht irgendwie 20 Minuten durch die Gegend fahren. Ja. Und diese eine Strandstraße in Tulum, die ist ja immer so vollgestopft. Ja. Also wenn du da irgendwie zum Beispiel, zum Beispiel mache ich irgendwie Thai-Boxen und so, wenn ich jetzt von einem Hotel in der Innenstadt, also an der Strandstraße in Tulum habe und ich gehe dann zum Thai-Boxen und wieder zurück, ist es immer so, du bist stundenlang unterwegs, der ganze Vormittag geht drauf. Ja. Ja, das Lustige ist, also ich sage immer das jetzige Tulum, ich nenne es gerne Instagram City, also da gibt es ja mittlerweile schon, ich finde die Geschäftsidee cool, dass irgendwelche, nochmals zu den kommen, weil auch Mexikaner, die eine Instagram-Tour anbieten, wo sie halt mit 20 Influencern dann rumrennen und denen schönen Winkel zeigen, wie sie das schöne Hotel oder eine schöne Holzstatue fotografieren können. Das Verrückte dabei ist, auf meiner ersten Weltreise, die ich vor zehn Jahren angefangen habe, war Mexiko mein erster Stopp und ich habe im Playa del Carmen gewohnt, für meinen Sprachkurs, war dann aber noch zwei Wochen in Tulum und ich hatte damals mal Zelt dabei und die Sona Hotelleria, also dieser Strandabschnitt, wo du gerade so beschrieben hast, da waren drei Hotels. Eines davon hat einer ehemaligen Sprachschülerin, deren Mann, sie kommt aus Tschechien, er ist aus den USA, also war ein Investor, hat glaube ich damals schon eine Nacht irgendwie 400 Dollar gekostet, direkt am Strand und alles übelst teuer, wir durften halt kostenlos übernachten, also so beziehungsmäßig, weil ich halt auch Sprachschüler bei ihr in der Klasse war, aber ich habe tatsächlich direkt neben den Ruinen, unten am Strand, gekämpft, mit meinem Zelt und für zwei Wochen habe ich eigentlich nur frische Papayas gepflückt und Kokosnüsse gegessen und da war nichts. Das war einfach nur der pure Traum. Du bist, ich meine der Strand, Tulum, wunder, wunderschön, aber da war nichts von dieser Sona Hotelleria und jetzt muss ich sagen, da bricht mir echt das Herz, ich meine, das haben sie schön gemacht, schaut auch schön aus, aber dass dann Leute da hingehen und auch geile Musik definitiv, aber dann irgendwie am Strand zu den Beat wippen und es ist halt alles so künstlich und da muss ich sagen, hat für mich Tulum im Gegensatz zu vor zehn Jahren absolut den Charme verloren. Ich fand es richtig schade, mein Herz hat richtig geblutet, als ich Anfang des Jahres wieder da war und ich durfte das mir mal live anschauen, was du jetzt auch erklärt hast, im Papaya Beach Club oder Papaya Beach Projekt oder wie sie hören und zahlst zig Dollar Eintritt oder ich war einmal in so einem Club drin, ich bin ungelogen wirklich rückwärts wieder rausgelaufen. Ich meine, ich bin halt angekommen und du denkst, du bist in so einem High Society Club in New York, also wie die Leute alle aufgebritzelt sind. Ich meine, es hat 35 Grad und du fängst halt an zu schwitzen, wenn du tanzt. Aber warum dann irgendwie Medals mit High Heels und also wirklich aufgetackelter Room, ja, ist halt Geschmackssache. Ich bin eher so ein Fan davon mit Bordshorts und losem Shirt irgendwie eine coole Zeit zu haben, aber das darf auch jeder für sich entscheiden. Ja, absolut. Das ist da absoluter High Society Treff. Also da gehen die ganzen Promis der Welt und so weiter hin. Das ist vollkommen kommerzialisiert. Ja. Lustig war, da gibt es auch so von diesen Drogenkartellen Partys und da will jeder hin. Also da gibt es so eine Drogenkartellparty und die sind extrem begehrt, da will jeder halt hin, weil jeder, der irgendwie was auf sich hält und egal, ob jetzt US-Rapper oder Paris Hilton und so weiter, die gehen da alle auf diese Partys irgendwie. natürlich haben die selber nichts mit Kartellen zu tun, sondern es geht darum, die Kartelle heuern halt irgendeinen krassen DJ an, so wie Solomon und dann will halt jeder zu Solomon und das sind richtig groteske Bilder, wie Leute dann versuchen, auf die Party zu kommen und dann hab ich mal gesehen, da waren dann so Löcher neben der, neben dem Eingang eingegraben und weil die Leute alle besoffen sind oder irgendwie drauf, sind die dann alle beim Versuch nebenher irgendwie sich auf diese Partys zu schleichen, sind dann einer nach dem anderen dann in dieses Loch gefallen, das war so grotesk, also was da für eine ... Ja, also ich bin froh, dass du es angesprochen hast, nämlich ich hab da auch so die erste ein oder andere Info, ich wusste, ob ich jetzt so ein Podcast rausplabbern kann, aber ich haus jetzt einfach mal raus, bedingt dadurch, weil ich halt auch schon vor zehn Jahren da war und so ein bisschen Connections hab, du willst dich wissen, wie viele von diesen großen Projekten in Turrum einfach nur 100 Prozent aus Drogenkartellen, Wäscherei investieren, also da, ich mein, manchmal ist es sogar offensichtlich und die mexikanische Regierung weiß, gut, Tulum ist irgendwie Drogensity Nummer eins, also gefühlt. Ja. Und es war auch so, dass als ich im von Januar bis März diesen Jahres in Mexiko war, da war, die haben ja so ein Ampelsystem bedingt durch C, Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Und das war irgendwie auf Orange gestanden, also nicht grün, nicht gelb, sondern orange und dann kam noch rot und in, ich glaub, 95 Prozent aller Staaten in Mexiko war irgendwie eine Ausgangssperre und auch in dem Staat Quintinaru, wo Tulum drin liegt, aber Tulum hat das einfach nicht interessiert. Der, der Gavanor von Mexiko hat, also jetzt mal nur bildhaft gesprochen, in Tulum angerufen und hat gemeint, sorry, das geht gar nicht, ihr müsst es genauso dicht machen, aber Tulum hat drauf geschissen, weil die ganzen Polizisten von den Drogenkartells bezahlt werden. Also Tulum war halt eine komplett umgedrehte Welt, also wirklich so eine kleine Bubble, so eine kleine Blase an dem Strand, da gab es einfach kein Corona, da wurden einfach Partys gefeiert und danach wurden auch irgendwelche negativen Tests von irgendwelchen dubiosen Ärzten ausgestellt, damit die halt wieder zurückfliegen können, weil sie übers Wochenende einfach mal, keine Ahnung, in Tulum versumpft sind. Also es ist schon echt heftig, was da so abgeht. Also ich war zu der Zeit zufällig dort und hab's auch erlebt, weil wir dort, wegen meiner US-Firma musste ich, ich musste irgendwie dort immer Zwischenstopp machen, um dann in die USA zu kommen, hab's auch erlebt und ich kann bestätigen, ganz normales Party treiben, überall, Menschen auf engstem Raum, ohne jegliche Kontaktbeschränkungen, wildeste Partys, es hat niemanden interessiert dort. Also es war wirklich grotesk, also es ist so krass, du kommst aus Europa und jeder hat irgendwie Angst und in der Abstand bleibt zu Hause und dann gehst du nach, dann bist du in Mexiko und dann gibt's es gar nicht. Das ist krass. Ja. Das ist krass. Also es ist wirklich krass und ja, das ganze Ding wird von Drogenkartellen beherrscht, es gibt auch regelmäßig Schießereien in Tulum, muss man auch sagen. Ich hab, als ich da war, war ich, also ich war ein Tag bevor eine Schießerei in so einem kleinen Eiswagen da, bin ich da durchgelaufen. Also das war halt diese Standstraße und normalerweise ist es wirklich so, man sollte keine Angst haben nach Tulum zu gehen, also als Tourist bist du, also ja, wenn du mit gesunden Menschenverstand reichst und was jetzt nicht dazu gehört ist, dass du nachts durch die Straßen rennst und irgendjemanden nach Drogen fragst oder so, dann kann es auch mal schief gehen. Aber da wurde halt ein kleiner Drogenkrieg und da wurde halt einer vor irgendeinem Eiswagen erschossen. Also das ist schon, also kennst du auch etliche Storys oder Mandala in Plei del Carmen, kennst du ja auch. Hatte ich auch eine Bekannte, die wohnt auf Isla Mujeres, kommt ursprünglich aus Kanada und die kennt halt so ein paar Security-Typen und die haben der mal Überwachungsbänder- Videoaufnahmen gezeigt, wie einer an der Bar steht und was klingt irgendein Sohn von irgendeinem bekannten Drogenboss oder so und dann kommt von hinten ein Hitman und schießt ihn einfach um und schubst ihn von der Bar und es hat zwei Minuten gedauert, bis die Leute das erst erfahren haben und der war schon über alle Berge. Also es ist richtig krass, was da abgeht. Ja, das ist schon sehr wild. Zwei gute Freundinnen von mir, die waren auch jetzt dieses Jahr im, ich glaube im Jännerraum, in Tulum und da war es auch so, die haben erzählt, es wurde vor deren Augen wurde halt irgendwie in der Bar ein anderer Drogendealer erschossen. Also die waren, die standen direkt nebendran. Das ist natürlich super scary, aber normalerweise richtet sich diese Art von Gewalt, also wenn diese Drogenkartelle sich um ihre Reviere, das ist, darum geht es ja, ähm, weil diese, diese Clubs und diese Party-Szene ist halt so ein Drogen, äh, Verteilungsort, Umschlagsplatz, ja und auch quasi Point of Sale quasi, ähm, Verteilungsort. Ich finde es geil, wie du halt in diesem Business-Kontext zu bist, ja, ein Point of Interest. Aber ja, nee, ist so, Punkt. Ja, deswegen sind ja diese ganzen Nachtclubs, egal wo auf der Welt, ist jetzt nicht nur in Tulum, ähm, du hast da, wenn du jetzt irgendwie Diskobesitzer bist, hast du in der Regel immer mit irgendwelchen Drogengangs zu tun, das ist einfach so. Ist so. Weil dort der Point, Point of Sale ist, ne, und, ähm, und die bekriegen sich da halt. Also, so wie ich gehört hab, gibt's halt irgendeinen Tulummer-Kartell, das sich dann mit dem Kartell von Playa und von Cancun kloppt um das Revier. Und deswegen ist es halt so, aber die schauen schon, dass sie quasi nur ihresgleichen erschießen und möglichst nicht die Touristen. Also, das tun sie schon. So, so wie ich gehört hab, wär ja sonst sehr geschäftsschädigend. Die würden ihre Zielgruppe mehr oder weniger wegrauen, wenn man im Business-Kontext spricht, ja, richtig. Genau, genau, und die Zielgruppe ist natürlich denen trotzdem wichtig, auch wenn jetzt gerade diese hässlichen Dinger passieren. Wobei, vielleicht ist es jetzt auch schon vorbei, das weißt du wahrscheinlich besser. Ich bin ja schon, äh, länger nicht mehr dort gewesen jetzt, ähm, wie es jetzt gerade ist, aber ich lese im Moment etwas weniger davon. Das stimmt. Also, aktuell muss ich sagen, ich hab's noch, äh, eine sehr gute Bekannte, die wohnt auch in Playa und natürlich, die waren halt auch coronamäßig im Jahr 2020 sehr betroffen, aber aktuell sind ja auch wieder weniger Restriktionen und ich muss sagen, ich hab jetzt am Montag einen Termin bei einem Orthopäden wegen meiner Bandscheibe und wenn es mir das Go gibt, dass ich meine Übungen, also nur mit Eigengewicht machen kann, dann werde ich das wahrscheinlich auch nicht in Deutschland aussitzen und da steht als Option tatsächlich auch wieder Mexiko. Allerdings würde ich gerne mal auf die Westküste auf die Seite gehen, da war ich halt auch seit über zehn Jahren nicht mehr. Ähm, aber, ja, mal gucken, Gesundheit geht im Moment vor. Cool, damit hast du ja auch schon meine Frage beantwortet, die gewesen wäre, wo geht's dann als nächstes hin? Ähm, vielleicht kannst du es noch zum Abschied so deine, deine größte Fuck-Up-Geschichte erzählen. Oh, da müsste ich jetzt mal mein Buch bilden. Mit Spiegel-Bestseller. Also das, was dir, der, der krasseste, das was das krasseste. Okay, also ich muss ja sagen, ähm, da gibt's ja verschiedene Kategorien, da gibt's ja den Mindfakt, den körperlichen Schmerz, den Herzschmerz, äh, der Tollpatsch-Faktor, ähm, aber ich muss mal sagen, also einer der wirklich krassesten Fuck-Ups, äh, auch schmerzhaft bedingt und auch wirklich idiotisch, aber, ne, dass ihr auch alle merkt, ich bin auch nur ein Mensch und kann richtig dumme Dinge tun. Ich war Anfang 2020 in Kenia und, ähm, ich meine, ich, ich lieb Surfen und, ne, wir haben beide lange Haare und Man-Bahn, man lebt ja so ein bisschen dieses Klischee, aber in Würzburg zu Hause bei mir, wir haben sehr kalk-kalkiges Wasser und mein Tipp dagegen ist, sobald ich irgendwie am Meer bin, ich liebe Salzwasser in den Haaren und ich tropfe mir ein bisschen Limettensaft ins Haar, ähm, ist A nur wieder mit C und B ist bleicht ein bisschen aus. Zum damaligen Zeitpunkt in Kenia hatten wir aber so ein All-You-Can-E-Buffet und da waren halt sehr viele Limetten da gelegen und ich nehme da halt irgendwie so einen Schwung mit, drücke die alle aus und bade mein Haar richtig im Limettenwasser. Ich habe es also extrem übertrieben, ähm, war danach irgendwie draußen in der Sonne, habe mit meiner Freundin ein bisschen Watcher gespielt, also ganz gechillt, für eine Stunde war ich draußen und abends habe ich mir dann gedacht so, boah, ich habe ein bisschen Sonnenbrand, glaube ich, und, ne, ein bisschen Joghurt drauf gemacht und ich hätte gedacht, das geht schon weg. Am nächsten Tag waren wir auf Safari, war irgendwie so ein Fünf-Stunden-Fahrt bis in diesen Zabu East National Park und ich habe gemerkt, dass meine Hand angeschwollen ist und so rote Flecken hat. Und, lange Geschichte kurz, ich war zwei Tage später in einem Krankenhaus in Mtwapa und habe zwei Kampullen Kortison gespritzt bekommen, war auf Painkiller-Steroids und Antibiotika, weil ich eine sogenannte Photodermititis hatte. Ich weiß nicht, eine Photodermititis, für diejenigen, die es nicht wissen, was es ist, in der Umgangssprache nennt man das auch den Margarita-Burn. Das heißt, wenn du eine Margarita herbereitest, du hast ein bisschen Limetten und der Saft von der Limette kommt auf deine Haut, das hat eine toxische Reaktion in Verbindung mit der Sonne. Und, da ich so viele Limetten in den Haaren hatte, ist mir das ganze Ding den Rücken runtergelaufen. Ich war eine Stunde in der Sonne, aber meine Haut hatte eine chemische Reaktion mit diesem Limettensaft und die hat sich angefühlt, als ob ich 10 Stunden in der Sonne wäre. Das heißt, ich hatte Säureverbrennungen zweiten Grades auf meinem kompletten Rücken. Also ich hatte wirklich Brandblasen überall, so wirklich schon ziemlich abgefuckt und das Schmerzhafteste, was mir in meinem Leben bisher passiert ist. Und, ja, manchmal denke ich mir, okay, man sollte ja auch seine Geschichten auch lernen, auch seinen Fehler lernen. Ich warte bis heute noch drauf, was ich aus dieser Geschichte hätte lernen sollen. Also, wenn es auch nur darum ist, dass ich jetzt hier im Podcast sage, tut keine Limettensaft in die Haare und geht danach raus in die Sonne. Es ist eine wirklich sehr, 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 sehr schmerzhafte Erfahrung gewesen. Krass. Ja, danke für die Story. Das ist ja schon schmerzhaft zuzuhören, wenn man jetzt mal Sonnenbrand hatte und wenn man das jetzt noch quasi im Quadrat setzt, dann, ja, ich denke, was würde ich daraus lernen, dass man einfach, dass man einfach ein bisschen drüber nachdenkt, was man tut, ohne jetzt. Stimmt. Aber hey, auf der anderen Seite gäbe es keine Fuck-Up-Geschichten zu erzählen und es ist auch ein schönes Beispiel, nämlich, wie gesagt, es ist eine Story von vielen in dem Buch, dass ich anhand von diesen Geschichten ein Buch überhaupt schreiben konnte und das ist jetzt ein Spiegel-Bestseller. Also, ich komme immer noch nicht drauf klar. ich finde es richtig krass. Stimmt. Absolut. Und der wäre ohne diese Fuck-Ups kein Spiegel-Bestseller. Ja, richtig. Man sagt ja auch Vorfreude ist die schönste Freude, aber ich glaube, meine Platzierung auf der Spiegel-Bestseller-Liste besagt, dass Schadenfreude sogar noch eine schönere Freude ist. Ja, also Nick, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Scheren. Ich hoffe, es hat allen zu hören, ich hoffe, es hat euch riesig gefallen, also ich hatte einen Riesenspaß hier die ganze Zeit. Von mir aus können wir noch stundenlang weiterreden, aber ich will euch jetzt auch nicht zu überstrapazieren. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Nick, zum Abschluss, wie kann man dich erreichen, wie kann man, wenn man mehr von dir erfahren will, wie kann man sich mehr von dir reinziehen? Also am aktivsten bin ich tatsächlich im Moment eher auf Instagram, also da einfach mal, ich schätze, es wird in den Schaunnotes verlinkt, guckt einfach mal nach Nick Martin, Travel Echo, gibt es auch die Webseite oder ihr gerendt jetzt in irgendeinem Buchhandel, da gibt es mindestens auch schon alle beiden Bücher überall, genau, aber ansonsten gerne auch über E-Mail auf meiner Webseite, Social Media mäßig, ich bin da eigentlich überall präsent. Alles klar, ich danke dir sehr herzlich. Danke, dass ich dabei sein durfte, Sven, hat mir echt viel, viel Spaß gemacht. Danke dir fürs Kommen und ich freue mich aufs nächste Mal. Auf jeden Fall, bis dann, mach's gut, ne? Alles klar, ciao. Bis dann, ciao. Hat dir diese Folge gefallen? Subscribe jetzt und verpass nie wieder eine Episode von Sven K's Deutsch. alt. Vielen Dank.